Eine Welle von tödlichen Gewalttaten überflutet Holli. Der Start, in der die Träume von einer steilen Karriere zerplatzen wie eine Seifenblase. Die enttäuschten Akteure reagieren ihren Frust hemmungslos ab. Durch Sex und durch die Einnahme des magischen weißen Pulvers. Na vertrauen wir, komm schon. Und schon ist für sie die Welt wieder in Ordnung. Du stirbst eines Tages noch daran. In einer Stadt, in der die Seele verdorrt. Noch kannst du umkehren, Bruder. Ist auch Mord nichts Außergewöhnliches mehr. Hinter den Kulissen und auf den Straßen läuft das ewig gleiche Spiel vom Räuber und Gendarm. Ich kann den Stoff nicht bezahlen. Aber wenn jemand aussteigen oder den Stoff, aus dem die Träume sind, nicht mehr bezahlen kann, dann beginnt der gnadenlose Kampf um die nackte Existenz. Glanz und Zauber dieser Stadt verblassen vor so viel Verrat. Nackter Gewalt Und Blut Ein junger Mann, der unschuldig in diesen Teufelskreis geraten ist, spielt nun die verzweifelte Rolle des Überlebens. Er kämpft für die Gerechtigkeit und stillt seine Durstnach ab. Dieser Mann geht unbeirrbar seinen Weg in Red Nights. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017